Ja, Salle, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal, heute wieder in 7 Days to Die mit mir am Fly High und unserem High Fly. Wir werden jetzt hier oben mal die Quests abarbeiten noch. Hier war zum Beispiel, ich bin Holzfäller und mir geht's gut. Also, ich hab jetzt keine Ahnung, ob man die Aua wirklich mit der Axt töten muss. Aua, die machen ziemlich viel. Ah, mein Controller hängt schon wieder. Hey, beziehungsweise die Maus auch. Ich kann da nix machen. Also war es gerade ein Triple Headjob. Was ist denn das für ein Spielfehler? Das hatte ich gerade eben schon mal, bevor ich gestartet hab. I don't know. Wenn ich mit diesem M60-Gewehr zoome, dann bleibt er hängen. Das ist doch doof. Warum ist das so? So, jetzt geht wieder alles. War die Quest jetzt abgeschlossen? Ah. Also doch. Ja gut, dann war das wohl ein Fail. Dann, ähm, Quatsch. Map. So, wir säubern jetzt das hier. Das ist das beim letzten Mal zurückfahren an die Horden Base. Ähm, das ist diese große Anlage mit diesem Crack-a-Book-Dingsbums und dem ganzen Zeugs. Das werden wir machen. Dann werden wir hier zum Händler gucken, ob wir da Stahl finden. Äh, warte, welche Quest ist denn jetzt eigentlich aktiviert? War das die? Ne. Abholen, säubern, Stufe 3. Markiert das mal. Äh. Ah, das ist da unten. In unserem neuen Zuhause. Da wollen wir noch nicht hin. Zeigt mir das auf der Karte. Genau, da wollen wir hin. Let's go. Let's go. Geld hatte ich ja mitgenommen, ja. Dann schneide ich uns da hin. Den Weg kennen wir ja jetzt auch schon. Dann sehen wir uns gleich dort. Ah, sind wir angekommen. War doch kein Crack-a-Book drin. Ähm. Der gibt... Quatsch läuft noch durch. Toilets to go. King, Alor. Und keine Ahnung. Wir gehen da jetzt einfach mal rein. Hallo? Hallo? Willst du es nur, du? Okay. Wow. Keiner mehr hier. Äh, Gott. Ähm. Können wir die zwei Bücher schon mal rein machen? So, machen wir die Innbrille, kriegen wir mehr Erwärmungspunkte. Kohle, wir brauchen noch Kohle, Kohle, Kohle. Ich hoffe, hier gibt's irgendwo einen Ofen, wo ich ein bisschen Kohle abbauen kann. Das wäre nämlich schön für unser drittes Rad. Ja, warte. Hallo? Wo schlaft ihr? Ja, bro. Hast du jetzt nicht gewusst, was du machen sollst? So, Haufen Büros. Was ist das denn hier für ein Gebäude? Äh, da geht's dann weiter. Gucken wir erstmal hier in die Küche. Ich will keinen Kaffee. Warum mach ich das Kaffee? Gebt uns scheiß, komm. Trink einfach einen. Wir brauchen noch die Kaffeebohnen nicht. Ja, alles drin. Höhen. Ich hab doch vorhin erst gegessen. Hier geht's raus. Das Geier. Dann würde ich wohl sagen, geht's wohl... Oh. Ah, bestimmt hab ich das sonst... Haha. Das ist so hohl. Okay. Brauchen wir nicht machen. Ja, moin. Ja, hier ballern wir uns mal durch, wa? Ciao. Oh. Oh. Jetzt geht das schon wieder nicht. Was ist denn das? Da, ich kann mit der Maus nichts machen. Ich kann mit dem Stick nichts machen. Kennt jemand dagegen eine Lösung? Dass ich hier nicht jedes Mal wieder rein- und rausladen muss. Das ist doch dumm. Wenn ich jetzt rein- und rauslade, dann... Ah, komm. Das ist so doof. Jetzt... ...muss ich doch die Mission wieder von neuem starten, oder nicht? Warum ist das so? Das hatte ich doch gestern noch nicht. Blöde. Okay. Ein zweites Mal wollte ich das jetzt ja eigentlich nicht... ...machen. Aber bleibt ja jetzt nicht anderes übrig. ...kommt der von draußen, ne? Nö, ist mir egal. Lass die Rohre. Ja. Ach, scheiß auf Honig. Der eine muss jetzt ja Action machen, oder was? Du bleibst aber in Ferralo. Und da ist auch das Versteck hinter alles drin. Ja, alles drin. Das ist schon wieder das Gleiche drin. Oh, ich muss gleich niesen. Oh, Entschuldigung. Oh, boah. Ne. Hier wird nicht geschossen. Hä? Warum sind die jetzt alle schnell? Wie, die war noch nicht tot. Ui. Ach, da kriege ich aber Gänsehaut. Komm, du Dummkopf. Das ist schön, dass hier nur noch zwei Spatenstiche gebraucht werden. Ach so, das war noch Rezepte. Da ist Kohle. Die fehlende Kohle. Und wieder ein Rezepte. Das geht doch gar nicht. Waschmaschine braucht man nicht. Sucht das. So, die ganze Quest. So, die ganze Quest. Also ohne alles drin. Ohne Waffe. Irgendwie hin. Hallo? Das stimmt. Sollten wir auch an eine neue Ordefalle denken. Ähm. Na. Super. Ja, das ist drin. Da geht's jetzt runter. Okay. Holz. Ah, nun Blöcke habe ich nicht dabei. Nicht da runter. Raus. Moin moin. Hier kommt doch jetzt gleich jemand. Nicht? Nicht? Wir brauchen keine Hose. Wir brauchen die Working Stiff Kiste. Brauchen wir definitiv. Nicht im Nachhinein. Nein. Äh. Welches? Was gab's daraus? Stahl oder Eisen? Das ist Eisen. Da fehlt uns eins weniger zum Gyrocopter. Ach, das ist drin. Ach, ihr seid schon wach. Mann. Ja, hallo. Frau Krankenschwester. Du warst schon tot. Du warst dann schon tot. Ist hier Pampe drin? Nö, leider nicht. Ach, die ganzen Kloser suche ich jetzt nicht. Könnte man Messing abbauen. Aber das lassen wir jetzt auch mal. Bier können wir ja stellen. Nice. Äh, lass die Blutbeutel. Batterie-Bänke kann ich herstellen. Nice. Naja, komm, lerne das gleich. Zerleg das. Wann sind die Kassen hier denn eigentlich? Ah, nee. Ich will keine Nägel mitnehmen. Da haben wir da schönes versteckt. Ein Schrank. Mit leeren Gläsern. Nee, genau. Ah, das ist von beiden Seiten das gleiche. Alles klar. Kommt, Schlag zu. Der Erdbohrer. So eine Rätsche brauchen wir nicht mehr. So wollen die, dass ich laufe. Okay, brauchen wir nicht. Ach, lass stehen jetzt. Gibt's jetzt ja auch irgendwann mal Action. Hallo. Zerlegen. Nehmen. Auch noch man. Jarre. Oder auch nicht. So viel Geld. Ja, wir gehen mal weiter. Jemand. Da ist keine Schlutze drin. Schade. Halt es. Oh, da räumt sich. Schade. Ja, auf. Achso. Nee, ich will noch in die da reinschauen. Äh, helder Vater. So, kommen wir zum Ende. So, wo geht's denn runter? Ja, wo geht's weiter? Waren wir hier schon drin? Ja, hier haben wir gerade reingeguckt. Das, wo die vorhin die ganze Zeit oben standen, ne? So, und irgendwo da drin sind dann die Vorräte versteckt, die ich finden muss. Alles klar. Das Ganze behalten. Das Ganze behalten. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich hier für den Quatsch der ganze Folge brauche, wa? Äh, da ist auch nur Murks drin. Ein Kresor. Ein Kresor. Loot, loot, loot und so wenig Platz. Das ist immer ein Problem. Wir sind ja schon wieder auf dem Tag. Hallo, hallo. Ja, der Geier war fast klar. Der Hund ist auch Geschichte. Na, dummer Hund. Gebiets säubern, abgeschlossen. Easy. Oh, die bringt einen Haufen Kohle. Jetzt müssen wir wirklich, wirklich, wirklich erstmal die Lootbrille auf. Das Wasser weg. Jetzt neckt er das alles rein. So, mach das mal weg. So, wo fangen wir mal an? Munitionas. Ein Dreierknüppel. Geilu. Okay, okay. Verändern. Das raus. Farbe raus. Reparieren. Das kann man dann zerlegen. Äh, verändern. Zwei Mods kriege ich rein. Das heißt, ich kriege mal die rein und die rein und die Farbe rein. Dann können wir da nämlich auch das Stacheldraht drumherum machen. So, was haben wir hier? Ne Kettensäge. Ne Kettensäge. Geilo. Warum nicht gleich auch noch der Erdbohrer? Okay. Ja, alles klar. Jetzt noch hier die Vorräte. Ach, die stehen gleich da oben rum. Aua. Aua. Dumme. Käse. Das ist ja sogar die Quest hier gleich von dem Händler. Ähm. I think so. Doch, das müsste die sein. Dann geben wir das nämlich gleich ab. Dann hätten wir wieder was geschafft. Zwei Zeit haben wir eigentlich noch ein bisschen. Hier hätte ich gerne mal reingeschaut, aber das liegt so. Das sieht so öde aus. So, was wollen wir mit heimnehmen? Was wollen wir mit heimnehmen? Das. Das wird alles verkauft. Wird vercheckert. Wird vercheckert. Da können wir verändern. Noch ein bisschen Geld rausholen mit dem. So. So. So viel kommt gar nicht mit heim, wa? Vercheckern, vercheckern. Schrotflintenteile. Das bleibt alles. Vercheckern. Geld kommt mit. Gibt's irgendwas, was aufsteckt da oben? Ja, natürlich. Das Stahlwerkzeugteile, das kommt mit heim. Ja, scheiß auf das. Das brauchen wir für die Reifen. Das geht mit heim. Das geht mit heim. Das wird alles verkauft. Antibiotika? Nicht. Die geht mit heim. Ja, nice. Komm, mach zu. Nicht, dass hier wieder so ein hässlicher... Totenkopf... Äh... Ja, lass das eine Ding drin. So. Strahlungsentferner... Fünferjagdgewehr... Strahlungsentferner Mut. Wer halt... Äh... Mh... Komm, Mika. Hast du irgendwelche Aufgaben? Südwesten, unten rechts. 1,9 Kilometer. Das nehmen wir mal an. So, dein Inventar. Kauf Zementes haben wir schon. Kauf Plastersteine. Zementmischer haben wir ja schon einen. Chili Dogs hat er sogar. Jo komm, wir schwimmen hier an Geld im Moment. Äh, pass auf. Wir gucken. Alter, der hat mit Desert Vulture. Da läuft mir das Mund. Also war da Mund zusammen, die ist gekauft. Ah, wie viel Glück habe ich eigentlich. Kunst des Bergbaus. Durch eingestürzte Minen. Da hatte ich schon eine Nagelpistole. Nee, oder? Fertige Spitz. Zementes, sichere Höhepi. Okay, wird auch gekauft. Ein Stahlknüppelstufe 2, Bauplan, Motorradfahrwerk. Wir haben schon das Motorrad. So, dass ich jetzt hier nichts übersehe. Alter, eine Solarzelle für 51.000. Und, Juni, Juni. Hm. Mit Desert Vulture. Geil. Geil, oh. Matratze nicht. Klingenfallen hätte er. Brauchen wir aber nicht. Das brauchen wir nicht. Äh, lass mal alles gerade drin. Da auch nichts. So, wir brauchen geschmiedeter Stahl. Da kaufen wir alles. So, und wenn ich jetzt... Das ist mit W tragen und dann mit E. Darf ich dein Inventar sehen? Dann müsste der doch hier hinten ein anderes... Den 4x4-Truck hätte er. Der ist mir aber gerade mal egal. Benzinkanister, Ödlandschätze. Technikfreak. So, das war's. Ja, leckum hier. Hier ändert sich ja dann nix. Halt. Nein, jetzt ziehst du erst mal wieder die Brille auf. Dann, ähm... Wie benutze ich das? Mit A. A. Sehr schön. Und dann mit E. Dann darfst du jetzt noch Sachen von mir kaufen. Das darfst du haben. Das darfst du haben. Komm, kauf ihm die. Und ansonsten... Haben wir jetzt geil aufgestellt. Geil, geil, geil. Wir haben ein neues Level ab, ne? Ein Punkt verfügbar. So, hier machen wir mal nichts mehr. Hier brauchen wir auch nichts. Sexuelle Tyrannosaurus Rex. Die Stärke. Das kostet... Ei Punkte. Oh Gott. Chefkoch. Gekochte Fleisch, gebackene Kartoffeln, Maisbrot, Tee, Kaffee. Werkzeugequalität 3. Lockschaden. Glückliche Thunder. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Parcours. Parcours hätte ich auch Bock. Aber gut, da müsste man dann schon Stufe 4 in Beweglichkeit sein. Robotik besser verhandeln. Arzt. Mechaniker. Mechaniker brauchen wir nicht. Ähm. Ja, machen wir es in die Angriffswelle. kommen. So. Lassen wir die Folge so? Lassen wir sie nicht so? Ähm. Doch, ich würde sagen. Wir lassen die Folge so stehen. Ja, du machst jetzt zu. Wir wissen es. Ähm. Das nehmen wir mit heim. Wie viel haben wir davon jetzt? 68. Äh. BAM. Nein. Ich kann, sobald ich ziele... ist rum. Warum? Naja, gut. Dann mit krummem Kopf würde ich sagen, das war's für heute. Ich muss eh neu starten. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und ihr eine Lösung für das Problem hier habt, dann sagt mir Bescheid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da gehen wir dann, kann ich hier wenigstens hier was machen, ja. Dann machen wir hier die Mission. Klappern noch. Ach, da können wir auch abgeben. Wo hatte ich denn die Quest? Ich weiß nicht. Wir machen die Quest. Wir geben das dann da noch ab. Und dann fahren wir wieder zurück zur Base, stellen uns den Gyrokopter her und dann fange ich an hier und nach unten umzuziehen. Junge, das wird geil. Das wird geil. Und dann lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und dann ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.